Die 24. André Rambe Mit der 7, Rhein-Hörner, die 22, Dominik Bieter, mit der 12, Lamme Kraus, die 15, DJ Müller, die 23, Jimmy Schau, die 9, Jamie Pagel, mit der 16, Vincent Schlenker, die 40, Daryl Ola, mit der 60, Max Christensen, die 48, Julian Tauert, mit der 71, Mark Rattis, die 62, Tyson Juer, mit der Nummer 90, Konstantin Braun, die 22, Barry Dutt, und mit der Nummer 26, Florian Busch, das Trainergespanne Eisbären Berlin, der Co-Trainer, Vince Millett, und der Chefcoach, das ist Don Jackson. So, liebe Eis noch die Freunde, liebe Eis bei der Fans, und jetzt sind wir dran. Alle zusammen, wir begrüßen unsere Jungs, hier ist die Mannschaft, der Thomas Salomon aus Salomon. In den Kasten, mit der 13, Tyler Roman, Backup-Gody, mit der 29, Andy Gennicke. In der Verteidigung, mit der 2, Red, bester Weg, Si, Jennifer, Rho, Rhees, Und der 1, 2, Rho, Rheus, in der 2, Rho, 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 Rho! In der 2, 3, Super Berry, 10 Schülern! Mit der 52 2 und 35 und mit der 55 60 Die Elke im Angriff Ryan mit der Nummer 50 Die Elke unsere 60 Ryan Schulte Der Erteil mit der Nummer 17 Happy Reimach! Die 18 Vitali! Und seit 19 das ist Jason Schussbach! Mit der 20 Homo Schein! Die Nummer 22 Hier kommt Jan Sassi! Die 28 Sieben Fein Fein Und die 42 das ist Jassi E. Hino Mit der 65 Daniel Fein Und die 81 Duschern Marsch! Das Trainergespann der Heiß Tigers Hier kommen sie der Co-Träger Stray Joby Und Ihr Freund vom Elbchow Herzlich Willkommen Bernd Arke Gustafsson Und natürlich die Eishockey-Freunde Nicht zu vergessen das beste Mastrochen der deutschen Eishockey-Liga Hogi 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 Hogi